Wow, mein Goldnugget hat was mit dem Newton-Pendel zu tun und zwar heißt mein Goldnugget, in der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft und ich möchte ein bisschen über dieses Pendel oder über dieses Hin und Her, über das Verhältnis zwischen Ruhe und Arbeit sprechen. Also wir kennen dieses Newton-Pendel, das geht immer hin und her, das was du reingibst, das kommt raus. Ruhe, Kraft, Ruhe, Arbeit, Arbeit, Ruhe, Ruhe, Arbeit, Ruhe, Arbeit, Ruhe, Arbeit, Ruhe, Arbeit. Klingt jetzt noch nicht so ruhig oder ist eher ein bisschen stressig, weil die große Frage ist, was kommt eigentlich zuerst? Kommt zuerst die Ruhe oder kommt zuerst die Arbeit? Worin liegt denn jetzt eigentlich die Kraft? Und logisch, du kennst meinen Goldnugget-Titel, in der Ruhe liegt die Kraft und deswegen sagst du wahrscheinlich Ruhe, aber ich glaube, wir Menschen leben es meistens genau andersrum. Wir leben als allererstes mal die Arbeit und dann arbeiten wir und arbeiten und krampfen uns ab und krampfen uns ab und arbeiten und arbeiten. Irgendwann denken wir, oh, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt Ruhe. Wann kommt endlich der nächste Urlaub? Und dann irgendwann ist der Urlaub vorbei und dann arbeitest du wieder und du krampfst und du strengst dich an. Du arbeitest und du arbeitest und du arbeitest und irgendwann denkst du wieder, boah, ich kann nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal wieder ausruhen. Und im extremen Beispiel möchte ich dir eine Sache vorlesen aus einem Buch über Ruhe. Das Buch heißt Take the Day Off von Pastor Robert Morris aus Amerika, wo das zum letzten Extrem geworden ist. Und zwar lesen wir im zweiten Kapitel dort, der der japanischen Regierung vorgelegte Bericht nannte ihn einfach Mr. A, um seine Identität zu schützen. Nennen wir ihn Mr. Asako. Er hatte mehrere Jahre bei einem großen japanischen Snack-Unternehmen gearbeitet und oft bis zu 110 Stunden pro Woche gearbeitet. Um das ins rechte Licht zu rücken, das sind mehr als zweieinhalb, 40 Stunden Arbeitswochen in einer. Um 110 Stunden pro Woche aufzuschreiben, musst du sieben Tage lang fast 16 Stunden pro Tag arbeiten. Er tat das Woche für Woche, Jahr für Jahr. Sie fanden Herrn Asako tot an seinem Arbeitsplatz. Opfer eines Herzinfarkts. Er war 34 Jahre alt. In Japan nennen sie es Karoshi. Die Chinesen haben ihr eigenes Wort dafür, Gualaoshi. Und in Südkorea nennen sie es Guarosha. Alle drei Begriffe werden vor kurzem geprägt, um etwas so Neues zu beschreiben, was es in der Sprache damals noch gar nicht als Wort gab. Diese Worte beschreiben den Akt, sich buchstäblich zu Tode zu arbeiten. Menschen, die aufgrund wahnsinniger Arbeitszeit unter starkem Druck und mit wenig bis gar keiner Ruhe an ihren Arbeitsplatz tot umfielen. Das ist die Diagnose für diese drei Wörter. Wow, mega extrem. Vielleicht sagst du jetzt, das ist ja wirklich ein bisschen extrem, aber ich sage dir, ich glaube nicht nur Corona schwappt aus Asien über unsere Ruhe. Wenn ich in meine Nachbarschaft schaue, wo beide Elternteile Vollzeit arbeiten und die Kinder darunter leiben. Wenn ich von Pastorenkollegen höre, Björn, ich habe keine Kreativität mehr, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Dann liegt, glaube ich, auf der Hand, dass nicht nur unser Körper, sondern auch unsere Seele, unsere Gedanken, unser Geist, unser Verstand Ruhe brauchen. Und ich glaube, dass die Ruhe vor der Arbeit kommt, ist der matchentscheidende Unterschied für dein und für mein Leben. Sebo hat eben von diesen Grenzen gesprochen und eine von diesen Grenzen in den zehn Geboten ist der Sabbat. Und wir lesen, sagt Gott selber, in diesen zehn Geboten, in den Top Ten der Prinzipien, wie dein und mein Leben aufblühen kann. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und alle deine E-Mails geschrieben haben. Ich übersetze das jetzt einfach für dich oder für mich. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag lässt du dein Smartphone auf Flugmodus und arbeitest nicht. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer und alles, was darin ist, geschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Und jetzt fragst du dich, warum schreibt Gott das in diese Top Ten, in diese zehn Gebote rein? Und ich sage dir natürlich, weil er dir und mir den Spaß verderben will. Nein, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Und das ist das längste Gebot von den zehn Geboten. Kannst du mal nachlesen. Und ich glaube, das ist das längste Gebot genau deswegen, weil Gott wusste, dass wir ein Problem haben mit diesem Gebot. Wir haben kein Problem damit und verstehen, es hat Konsequenzen, wenn ich jemanden umbringe. Es hat Konsequenzen, wenn ich meiner Frau untreu bin. Es hat Konsequenzen, wenn ich etwas stehle oder jemanden belüge. Aber wir sind so verhaltenskreativ und denken doch tatsächlich, es hat keine Konsequenzen, wenn ich mir keine Ruhe, wenn ich mir keinen Sabbat gönne. Du bist dafür designt, Ruhe zu empfangen. Gott gönnt dir Ruhe. Gönn dir auch diese Ruhe. Ich habe zum Schluss meine drei Top Best-Selling-Verkaufsargumente, die wir brauchen, glaube ich, für dich und für mich, warum es so wichtig ist, den Sabbat einzuhalten. Das erste Argument ist, es hat Konsequenzen. Wenn wir nicht ausruhen. Wir haben das eben in dieser Mr. Asako-Geschichte schon gelesen. Ich kann es aus eigener Erfahrung dir sagen. Es hat Konsequenzen, wenn ich mir keine Ruhe gönne. Bin nicht mehr kreativ. Bin in einer Ruhelosigkeit, fühle mich angetrieben. Bin in diesem Hamsterrad vom Ständigen machen zu müssen. Das zweite Verkaufsargument ist, der Sabbat ist deine und meine Möglichkeit, auszuruhen und erfrischt zu werden. Bibelquizfrage an dich. An welchem Tag wurde der Mensch geschaffen? Am sechsten Tage, wenn du das nachliest. Nächste Quizfrage. Welcher ist der erste, komplett aneinanderfolgende Tag der gesamten Menschheitsgeschichte? Der siebte Tag, der Ruhetag, der Sabbat. Der Tag, an dem der Mensch mit Gott in Gemeinschaft ist. Und aus dieser Kraft heraus plötzlich wir diesen Auftrag haben zu arbeiten, schöpferisch tätig zu werden. Und deswegen liegt in der Ruhe die Kraft. Die Ruhe kommt zuerst. Und mein letztes Verkaufsargument für den Sabbat ist, am Sabbat gibst du Gott die Möglichkeit, dich übernatürlich zu versorgen. Du kannst das nachlesen im zweiten Mose Kapitel 16. Das ist die erste Stelle, wo über den Sabbat gesprochen ist. Ein bisschen später kommen die zehn Gebote. In der Schöpfung wird von einem Ruhetag, aber nicht vom Sabbat gesprochen. Aber das erste Mal, wo vom Sabbat die Rede ist, ist da, wo Gott das Manna in der Wüste regnen lässt. An sechs Tagen. Und sie Tag für Tag versorgt werden. Aber am siebten Tag regnet es nichts. Und auf dem Feld ist nichts zu finden. Sie schauen nach und finden tatsächlich nichts. Wenn du verstehst, dass der Sabbat für dich geschaffen ist, damit du von Gott übernatürlich versorgt wirst, wirst du verstehen, dass du an sechs Tagen fruchtbarer und mehr schaffen kannst mit Gottes Segen, als an sieben Tagen durchzuarbeiten. Und deswegen will ich dich herausfordern und einladen. Ergreif das Nugget vom Sabbat. Plan dir diesen Tag fix in deinen Kalender. Auch wenn du anders arbeitest, machst du das vielleicht anders. Aber du bist dafür designt, in Ruhe zu leben. Der Sabbat kommt zuerst. In der Ruhe liegt die Kraft. Und ich weiß nicht, was du jetzt mitnimmst aus diesen drei verschiedenen Gold Nuggets. Wir haben über Gnade gehört. Wir haben davon gehört, wie Gott dich begnädigt, wie er für dich ist. Wir haben davon gehört, dass es eben genau diese Grenzen gibt, die dich in Freiheit führen. Und eine von diesen Grenzen ist beispielsweise das Gebot vom Sabbat. Ich will dich fragen, was nimmst du heute mit? Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt ganz persönlich zu jedem von uns sprichst. Was möchtest du mir heute sagen? Lass doch einen Moment einfach stille sein. Frag den Heiligen Geist, frag Gott in deinen Gedanken, was möchtest du mir sagen? Und ich weiß nicht, was jetzt gerade in deinen Gedanken ist. Wir werden gleich noch für dich beten, für diese drei verschiedenen Messages. Aber ich will als allererstes dich ansprechen. Wenn du sagst, ich bin fasziniert von dieser Idee, dass Gott in meinem Leben wirken will, aber ich bin noch gar nicht so mit dem Gott connected. Oder ich war mal mit ihm in Verbindung, aber ich bin irgendwie aufgrund meiner Lebensweise davon weggekommen. Dann will ich dir jetzt nochmal die Möglichkeit geben, dich mit dem Gott im Himmel zu connecten. Du siehst das anhand von diesen vier Symbolen. Als allererstes das Herz. Gott liebt dich über alles. Er hat dich und mich dafür geschaffen, dass wir in Liebesbeziehung mit ihm, mit unseren Mitmenschen und auch zu uns selber sein können. Und dann ist da diese Weggabelung. Die Bibel nennt das Sünde. Wir tun, denken immer wieder Dinge, die am Ziel des Lebens an dieser Liebesbeziehung zu Gott und unseren Mitmenschen vorbeigeht. Und genau deswegen ist das Kreuz. Genau deswegen stirbt Jesus am Kreuz und nimmt all die Schuld, all die Zielverfehlungen auf sich, damit du und ich leben können. Und deswegen meine Challenge, meine Herausforderung zu allererst an dich, setz deinen Anker fest in diese Liebesbeziehung mit Gott. Wenn du das machen möchtest, kannst du jetzt in diesem Moment auch diesen Button drücken, der wird jetzt gerade eingeblendet. Und sag damit, ja Jesus, komm du in mein Leben. Und ich will mit dir beten und sagen, Jesus, komm du jetzt in mein Leben. Dieser Button, das ist nur ein sichtbares Zeichen, aber das ist meine Herzensentscheidung. Verzeih mir meine Schuld, meine Zielverfehlung, wo ich es aus eigener Kraft versucht habe, aber nicht hingekriegt habe. Ich lade dich ein, Jesus, sei du mein Retter. Präg du mein Leben. Heiliger Geist, zeig du mir, wie ich leben kann. Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin, dass ich dein geliebtes Kind bin und dass du mich über alles liebst.